Bei dem Turm auf 125 ist der jetzt. Der steht da, der geht oben rein. Zwei Hits. Kommt noch einer. Da kommt noch einer, ja. Einen hittet er unten. Einer ist unten hinterm Turm. Alter, kommen Autos, Autos kommen. Ein Jeep fährt auf 180, 170 jetzt. Wir schießen da hoch, oder? Dann läuft hoch. Hit. Wo laufen die mit dem Jeep? Die sind in Richtung Milter. Oh, ich wurde ausgenockt mit der Car. 265, Jungs. Hol die, Mann. Wer holt den Kieren? Der. Ich bin hier unten. Felix kommt nicht. Oje, Jungs. Bist du? Ganz unten. Ja, mach mal die Tür hier auf, dass ich rein kann. Mach mal die Tür hier bitte auf. Der ist da auf Westen, da an dem komischen Zauber. Kannst du mich hier heilen? Ach, danke. Ja, hart hit. Achtung, jetzt von hinten. Von hinten, von hinten, von hinten. Und was hat der Turm, oder? Ja, genau. Danke. Der läuft hinten zum Auto. Headshot. Da schießt du auch einer von der Woche. Wir sind in Zone, gell? Achtung, wieder von hinten, Jungs. Ja, in einer Minute aber erst. Der schießt uns zum Auto ab. Ich würde dich von hinten verpasst, mach ein übeles Auge auf mich. Dann fix sie doch, Alter. Jungs, schmeiß mal in den Smoke. Richten. Boah. Jungs, komm her, ich heil dir. Ich komm hier runter. Schmeiß mal in den Smoke, dass die da von hinten nicht schießen können, wo Felix gerade geholt wurde. Komm mal hier runter. Wir können mal besser heilen. Es sind noch mehrere Leute. Brauchst du was zum Heilen, oder hast du was? Die piekt gar nicht, die wechselt. Doch, da ist ein Baum gerade. An welchem Baum? 2,65. So, du richtest den Weg, der wechselt. Nicht hier gucken, nicht hier gucken. Ja, du bist hier auf mich. Ja, du gehst noch um, der hat da auf 140, läuft da einer. Der rennt, ja. Im Wasserturm. Da ist da, im fähigsten Wasserturm musst du mit. Mal schauen. Oben ist auch einer. Ja, ist da einer ausgenockt bei denen. Muss nachladen. Ja, zwei sind oben. Einer ist ausgenockt bei denen. Da steht jetzt ein Fieberdänen dahinter am Wasserturm. Einer ist oben. Oben ist zwei. Zone. Denkt an die Zone, Kinder. Schön. Echt genug. Schön. Links am Fenster. Zone. Ja, lass uns andere Haus gehen. Ich hole mal das Auto von hinten, oder? Ich geh rüber. Dies Morgen. Dies Morgen nach hinten. Hol ein Auto. Ach, wir müssen jetzt ohne. Ja, einfach nur ins Auto. Oder nee, das rentiert sich nicht mehr. Das rentiert sich nicht mehr. Das ist aus dem Wetterzone. Hat jemand einen Fiebermonik? Ja, komm her. Ja, ich bin schon rüber. Oder ist das die Grüne? Ist das die Grüne? Ja. Ja, dann greift die Tropen. In der Zone. Die Jungs, die müssen auf die Eckhäuser. 140 getroppt. Danke. Ich hab nicht. Dank. Hat jemand was zum Heilen? Ja. Ja. Der kann noch was haben. Die sind raus. Wollen wir das Auto von denen zerschießen? Die fahren mit dem Auto weg. Wie machen wir das mit der Zone? Was? Wie machen wir das mit der Zone? Huch. Ich hab mit der Chaos genockt. Ja, ich komm. Wo hat der geschossen? Ja, das war der da vorne. Ich glaube. Haben wir noch jemanden Kopfer-Troppen? Ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Dankeschön. Verlasszone. Liegt noch einer. Hier, nehmt ihr mit. Ja, äh, Jungs, wir dürfen aus dem Auto fahren. Gar keinem. Gar keinem. Wir laufen jetzt. Vielleicht steht hier vorne noch einer an der Straße. Den kann ich holen. Ah, Lius macht schon. Da ist ein Kili. Ach so. Fack, Gegner. Bei mir. Am Stein, am Stein. Schmeiß drauf. Smog mal. Smog mal. Wir müssen nicht revive, wenn die Zone kommt. Gleich. Ja. Smog geworfen. Einen von denen hab ich genockt. Bleib liegen, du Holzkopf. Die ist gleich ab, Alter. Einen hab ich getötet. Ja, ich hab den so heftig getroffen, aber egal. Wir müssen losrennen, losrennen. 300 Meter. Ich hol den Jeep. Der Jeep ist gefahren, die sind gefahren, die sind gefahren. Der läuft auf 170, läuft ein Gegner. Zwei Stück an einem Haus. Nicht schießen. Lauft um euer Leben, Kinder. Die machen Auge. Alter, Alter. Das schaffen wir schon. Ich hoffe, ich suche bald kein Leben mehr. Der wird aufgenockt. Ja. Ja. Lauft alle weiter. Der läuft weiter. Okay, ich auch. Der, die Zone macht anders Schaden. Ja, cool. Der wird's, glaube ich, auch. Ja, vor mir ist einer direkt bei 180. 185 am Baum ist einer, Felix. Vorsicht. Ja, ich schaffe ihn nicht mehr. Die Zone macht anders Schaden. Ich würde auch verrecken. Ich auch. Ich schaffe das nicht. Ne, ich schaffe das nicht. Ey, was sind denn das auch wieder für Schwitzer? Ehrlich. Ja, wir hatten einfach nur kein Auto. Ja, wir hatten nur Pech mit dem Auto. Wir hätten einfach das Kaputte nehmen müssen. Na ja, aber das fällt auch nicht so gut. Na ja, das war halt schlecht. Hätte ich vorhin das kleine Auto noch geholt. Ja, fand ich gut von uns. Ja, das hätt ich echt machen sollen. Da liegt einer. Da wäre er richtig lost. Ich hab echt keinen Plan, wo die Gegner liegen. Bleib einfach liegen. Ja, das sind jetzt nur noch fünf Gegner. Lass die sich erstmal gegenseitig abschließen. Da ist einer am blauen Container. Im Haus ist auch einer. Und einer im Haus noch. Schieß auf die Außen an der Mauer. Der muss den Klopfen reißen. Ja. Wenn er in die Zone kommt. Jetzt schau auf denen im Haus. Das sind schon die letzten drei, glaube ich, gell? Psst. Oh ja, noch. Ich hab schon außerhalb des Spiel bereits gestorben. Muss groß, Digga. Digga. Muss groß. Sag ich ja. Habt ihr genau die richtigen Anweisungen gegeben? Los, guck mal auf, mein Dings. Alter. Digga, war ja zu geil. Aber die Zone hat absolut Schaden gemacht. Ja, voll übertrieben. Richtig. Also, ja, auch bei mir hat sie schon richtig Schaden gemacht. Ja. Ja. Das ist ja nix. Ja, oh, 500 Schaden. Oh nein. Stabile Runde. Ja. Ja, mach ich gut. Ja. Vielen Dank.